So, ich erkläre es dir nochmal ganz genau. Nicht Polarkreis. Jetzt bin ich Polarkreis. Jetzt nicht Polarkreis. Und wieder auf den Polarkreis. Und wieder zurück. Nicht Polarkreis. Ab wieder auf den Polarkreis. Ganz schön kalt hier. Jetzt wird es wärmer. Und hier zurück ist es wieder ganz schön kalt und es regnet. Hier ist es trocken. Hier scheint die Sonne. Polarkreis. Alles klar? Jetzt verstanden? Tschüss.